es geht noch höher ich irgendwas aktiviert oder hat das nichts zu bedeuten da ist ein knopf da oben in dem bilderrahmen ja auch hoch nee das war nur der blumentopf der verschwunden ist interessant soll mir das irgendwas sagen diese symbole hier das sind halt einfach irgendwelche knöpfe in bilderrahmen hat vielleicht nichts zu bedeuten boah so viele räume so groß ähm ok was sind das hier sind das duschen soll das duschen sein ich habe keine ahnung was das sein könnte und warum hat die musik aufgehört na gut der server wird dann eh irgendwann wird äh restarten was was bist du denn was bist du denn hier auch genau so was möchte ich neben meinem bett haben ne wenn du dann wenn du aufwachst morgens guckst du erst mal so ein so ein gesicht an ein bisschen merkwürdiger geschmack ok und die haben sie auch wieder ich denke mal dass das duschen sind ich weiß es nicht so es geht ja noch eins höher und noch eins höher und noch höher und es geht sogar noch höher also mit kisten wird man dann doch ganz gut belohnt das gefällt mir na gut emeralds die muss ich jetzt gleich wieder wegschmeißen ähm das da will ich haben und das da eigentlich auch na komm dann tue ich aber mal tue ich mal den hier weg ok uch ok die ist gleich wieder gespawnt wie ist das denn passiert ich glaube nicht dass das so geplant war so alter was ist das da das ist ein ist das ein schlüssel oder was ist das sieht aus als ob da so ein großer schlüssel drin steckt sind irgendwie manche sachen sind so gebaut als ob sie für eine riesen sind so eine riesige kuckucksuhr ein riesiger schlössl ok da sind nur balkons moment ich bin hier hoch aber uahahahaha es beeindruckt immer wieder aber hier war ich noch nicht achso und hier komme ich jetzt da lang ähm das ist auch eine kiste krass einfach nur krass was ich hier an kisten finde aber jetzt wird es langsam ein bisschen eng ähm wo hatte ich denn hier ist ein heiltrang der hat nur noch eine ladung dann kommt der weg waterport 2 muss ich mal da lassen obwohl das sicher dann lohnt ähm denn wenn ich jetzt dann also ich habe ja eine bank wo ich die alle lagern kann ich kann die mir dann kombinieren zu höheren stufen und das ist dann eigentlich egal welche ok die sind hier immer noch verbunden die türme welches element das ist weil ich kann mir die ja jetzt immer alle dann umwandeln in mein gewünschtes element krasse krasse bauweise na gut aber da drüben wird dann ja das ist auch nochmal hier ein turm aber hier ist das ist ja ziemlich weit ach so ist hier irgendwie der berg oder so ist ja ziemlich weit ja ja das ist hier oben auf dem berg drauf auch eine kiste na gut dann dann wieder runter 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 es ist äh finster ich überhaupt runter hier komme ich überhaupt nicht weiter runter hä ist das hier eine sackgasse einfach nur ein dunkler raum eine funzligen kerze ähm moment aber hier muss es doch runter gehen ist er so da war ich vorhin und jetzt bin ich wieder hier okay ähm sag mal also hier ist ja wirklich moment ich muss gerade mal das gleich ändern dann aber mit kisten ist korkus äh reich gesegnet aber nicht auf diesem server nicht in dieser welt da ist die kiste weg und ui da geht es irgendwo runter wo geht es hier lang ach so hier hot air balloon dock genau da will ich hin da geht es auch nochmal runter da aber geht es auch weiter da ist auch nochmal eine kiste ah ok zwei minuten ah vielleicht weil ich den server gewechselt habe dass ich jetzt noch nicht genau genau sonst könnte man ja den server einfach wechseln und dann immer wieder looten 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 das soll vermieden werden so im ist er noch höher ich muss auch noch höher aber es ist eigentlich nicht so gut abgesichert der weg so jetzt sind wir hier äh da moment wo war ich denn genau ich war da ich war da unten und dann war ich irgendwie hier drüben bei diesen törmen jetzt bin ich aber hier in der mitte es ist total verwirrend so geil ist denn das jetzt wieder na gut vielleicht gibt es da doch irgendwie eine verbindung aber das sieht ja hier so ein bisschen offizieller aus ist das ein thron oder sowas ein thronsaal also mal jetzt ist es irgendwie nur dunkel Na gut Und hier drüben Jetzt müsste ich doch Genau, jetzt müsste ich in der Kuckucksuhr drin sein Aha Warum fällt man hier runter? Da ist es mir alles noch ein bisschen zu hoch Oh, Korkian Security Overseer Not even the most remote tower of this castle is left unguarded Unless it's lunchtime, of course Okay Gut zu wissen Ah Ich hab keinen Platz mehr Ah doch, die kann ich mal wegtun Die Smoky Diamond Boots Na gut Na ja, mit den mit den Ballons hat's doch sicher irgendwas auf sich I escort Friends of the King to Kandon B da in Gavel from here Ach was Aber nicht mich What do you think you're doing? This balloon is only for Friends of the King of Korkus Ah, okay Verstehe Na gut Warum kann man da von da drüben offenbar einen abschießen? Vielleicht den da oder den? Ich weiß es nicht Das wird sich ein andermal zeigen Ähm Achso Ja Ich will hier auch runter So Einfach nur noch runter Kann ich jetzt die öffnen? Ja, jetzt kann ich sie öffnen Und Wohin? Wohin damit? So Und ja Äh Die nächsten Die nächste halbe Stunde bin ich dann beim Identifier Da würde ich dann vielleicht einfach zusammenschneiden Was ich da finde So Genau Da war ich Jetzt könnte ich aber da noch mal gucken Wo man da runter geht Wo man da hinkommt Ja Ist gut Okay Endlich mal Endlich mal nichts drin Ich bin fast schon erleichtert Das könnte hier mal Auch was richtig krasses drin sein Legendary Item oder so So Und ihr beide Something has happened in the vault Don't go in there It's under control Okay Hier ist auch noch mal Oder ist das hier der Thron? Thronsaal Das sieht mir eher so nach Thronsaal aus Hä? Was ist da unten noch? Ähm Oder soll das eine Soll das eine Karte sein? Ach das könnte vielleicht Ja ja Das ist ein Modell von Korkus Ein 3D Hologramm Oder so Und ähm Keine Ahnung Ist das dann Korkus City? Und Keine Ahnung Hier der Hafen Wer weiß Wer weiß Wer weiß Und Es geht noch weiter nach unten Meiner Bot Was soll das hier sein? Was soll das hier sein? Auch Korkus? Dieses Gebilde hier Ich verstehe es nicht so ganz Und eine riesige Bibliothek Steht da was? Nö Eine wirklich Große Bibliothek Alter Vielleicht muss man hier dann auch noch was finden Irgendein Buch oder so Also Ist schon echt Echt verdammt groß Das ist doch Ich weiß nicht Da ist doch Zinfras Ein Dorf dagegen Im Vergleich zu dem Was es hier alles Gibt Naja Weil das halt auch noch In die Höhe gebaut ist Das ist schon In der Fläche Relativ groß Aber es ist ja dann noch In etlichen Stockwerken Immer was Zu finden Ähm Okay Was Korkus Auskürz Okay Was soll das hier sein? Ne Ich hätte gesagt Vielleicht eine Kirche Oder sowas Oder eine Kapelle Das Da vorne Ne Da sitzt dann jemand Oder ein Gerichtssaal Also ganz verstehe ich es noch nicht Also vorne Sitzt irgendjemand Oder es So eine Art Ähm Parlament Falls die sowas haben Oder eine Für eine Ratsversammlung Das sind ja nicht so wahnsinnig viele Sitze Und die sind recht Großzügig Also Da sitzen doch dann auch Wichtige Leute Und hier sitzen irgendwie Noch wichtigere Leute Interessant Ähm Was ist hier? Oder ist dann hier der Hafen? Okay Jetzt knallt mir hier die Sonne Von links rein Ins Zimmer Ähm Ja Hier ist der Hafen Achso Und bin ich nicht sogar Hier hochgegangen Am Anfang War das nicht hier? Nee Oder doch? Ja doch Könnte aber sein Ja doch Ich glaube das war hier Genau Und da geht es dann In die Stadt Okay Na gut Hätte ich jetzt hier schon mal Ja doch Einen ganz guten Überblick Bliebe noch der Hafen Ach Hier kann man nur Rüber gehen Okay Noch so eine Kleine Brücke Die aber mehr Verzierung ist Ähm Bist du ein grüner NPC Hello there Welcome to Old Jevans Tavern I love to take your order Let But you know No drinks for adventures Below level 87 Okay Die haben Ein Was Was ist man mit Level Äh 87 Da ist man dann erst Volljährig Oder voll Levelig Ähm Hier geht es irgendwie Nirgendwo hin Mir wurde ja Eigentlich eine Party Versprochen Und dann gab es da nur Trouble mit den Robotern Hm Und das Ein bisschen hier lang Pantry Naja Gut Ein paar Bücher Hier geht es noch weiter Hier geht es noch weiter Und eine Kiste Juuu Kein Inhalt Ich könnte ihn denn Dann auch wirklich Nicht mehr Mit dem Wett Wett Ist das der Kühlschrank Oder was ist das Es geht noch höher Das ist Eine seltsame Architektur Ja Es ist Es ist Alles so Äh In die Vertikale Gebaut Das geht Noch höher Ja Man Man kann dann schon Auf engem Raum Ziemlich viel Bauen Okay Wo bin ich jetzt Gelandet Ähm Okay Da schon mal Ich weiß es nicht Nee Das kenne ich Das kenne ich Wirklich noch nicht Alter Was ist das hier Das ist ja fast schon Wie so ein So ein Bild Von MC Escher Okay Jetzt bin ich Wieder hier What The fuck Das war Eine interessante Erfahrung Naja Irgendwann Kommt man Irgendwo Wieder raus So Und hier Geht es dann Okay Da geht es dann Wahrscheinlich Auf den Berg Hoch Naja Das lasse ich Aber mal Das lasse ich Schön bleiben Denn Ja Außerhalb von Korko City Wollte ich Jetzt noch Nix Erkunden Das ist dann Was Für Unseren Nächsten Besuch Das ist dann